Positionsorientierte Ergebnisdarstellung, das ist jetzt das Nächste, was wir uns angucken. Gehen wir mal in die Ausgabenverwaltung, Doppelklick hier auf den Nachweis Elastisch-Elastisch. Da sehen wir auch hier, bieten wir eine neue Darstellung an, das ist die farbige Darstellung. Auch da hatten wir das, was wir eben zuletzt gesehen haben, den Kurvenverlauf mit Beschriftung. Das war sehr schnell nicht mehr lesbar. Jetzt haben wir hier eine Darstellung, die für jede Position eine Ausnutzung darstellt, auch farbig darstellt. Und damit hat man natürlich bei viel mehr Modellen ein gutes Ergebnis, was man natürlich auch lesen kann. Wir sehen hier eine Ausgabe, das sind so zehn Seiten. So, wenn wir uns hier die Eigenschaften betrachten, Rechtsklick, Eigenschaften, dann sehen wir jetzt hier auch viele Auswahlmöglichkeiten. Und was hier standardmäßig abgewählt ist, ist die Ausgabe der zusätzlichen Nachweisstellen. Das schalte ich jetzt mal ein und das ist der Ausgabeumfang, den wir eigentlich in Eurostar für dieses Modell kennen würden. Der ist jetzt doppelt so lang. Was dieser Haken zusätzliche Ausgabestellen bewirkt, das sehen wir zum Beispiel hier. Wir sehen ja an jedem Knoten eine Ausgabe. Und wenn wir jetzt in den Eigenschaften diesen Haken zusätzliche Ausgabestellen entfernen, wir waren bei der Vergleichspannung, dann sehen wir eben hier nur noch die Stelle mit dem maximalen Ergebnis. Und das spart uns jetzt bei dem Beispiel 50 Prozent Dokumentation der Nachweisführung. Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Also bisher haben wir ja einfach, was jetzt den Ausgabeumfang angeht, eigentlich nichts Wesentliches reduziert. Wir haben nur Nachweisstellen weggenommen, die nicht maßgebend waren. Jetzt kann der Anwender darüber hinaus auch noch sagen, will ich Zwischenwerte dokumentieren, will ich die Knickparameter dokumentieren, will ich eine Grafik ausgeben, weil ich ja vielleicht das Ganze als Plot-Ergebnis in DIN A3 ausgebe, will ich die Kombination dokumentieren. Und so kann ich jetzt natürlich noch darüber hinaus meinen Ausgabeumfang reduzieren, wenn mein Ziel eben eine möglichst kompakte Darstellung ist. Das ist dann natürlich im Ermessen des Anwenders, wo ist sein Schwerpunkt, die Kompaktheit oder eben die detaillierte Ausgabe Punkt für Punkt. Und das sind natürlich Merkmale, die sparen viel Papier. Und was wir hier auch noch sehen, das ist der Haken farbige Darstellung. Wenn wir den wegnehmen, das ist die Darstellung, die wir eben in Eurostar kennen. Voreingestellt ist die farbige Darstellung. Aber einfach davon ausgehen, dass die besser lesbar ist, für Modelle ein besseres Ergebnis liefert. Denn es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020